Das wäre richtig cool. Und dann muss ich die eine Zaunseite auf jeden Fall noch fertig kriegen. Das werden noch mehr Steine kosten. Wir werden so viel Steine verballern. Oh, ich brauche was zu trinken. Ich gehe jetzt aber nicht trinken. Ich gehe jetzt schlafen wieder. Jo. Hört sich schon an wie ein Ureinwohner. Einwohner. Wie auch immer. Machen wir mal hier. Oh, schade. Ich habe gedacht, ich erwische ihn. Na gut. Die Mücke kommt schon wieder vorbei. Ich glaube, ich weiß, warum mein Körper juckt. Wegen der Mücke. Ich glaube, das sollte ich mal ihm aufschreiben. Das hat mich gerade nämlich geschubbert. Das wäre nicht so gut. Ich habe ja hier mein Blöckchen. Also falls ihr mein Klicken hört, ist es mein Stift. Mein Totoro-Stift. Ja, Hashtag Werbung, Hashtag Produktplacement und so weiter. Nein, es ist keine Werbung. Aber ich habe einen Stift davon. Und der ist süß. Und ich mag ihn. Na, äh, kann ich? Dieser doofe Kieserstein. Da stand er doch wortwörtlich im Weg. Alles klar. Hallöchen. Jetzt ist er alle. Also ich habe gerade so im Hinterkopf die andere Location, ja? Die es ja gibt. Ist das schon groß? Nee. Ähm, bei dem anderen See. Da gibt es ja tausende von Rehern. Jetzt habe ich gerade im Kopf, wie das ist, wenn du da einen Baum fällst. Wie viel Fleisch das gibt. Ich glaube, das gibt einiges. Die sind, glaube ich, so trottenig und laufen eh immer in die Bäume rein. Ist das schon? Ja, es ist nicht mehr geworden. Ich glaube, das ist wohl das Maximale. So, wollen wir eben schnell das fertig machen. Da fehlen nämlich nur noch sechs Steine. Und dann sind wir durch. Schade, dass ich nicht sechs nehmen kann, dass ich für einen nochmal zurücklaufen muss. Aber naja. So, ein Stein. Der ist jetzt direkt hier vorne. Der ist direkt hier vorne. Und schwupps war der Stein vorne. Baustelle 1, 5, 10.000 ist erledigt. Wir kommen voran. Wir kommen langsam voran. Die ist jetzt alle, ne? Kann ich die irgendwie nachfüllen? Geht das irgendwie? Ah, okay. Okay, okay. Wir haben die jetzt nachgefüllt. Sehr gut. Äh, gleich wieder wegnehmen. Und ja, weiter geht's, ne? Würde ich sagen. Wir fällen Bäume. Die nächsten Folgen werden nur daraus bestehen. Vielleicht sollte ich mal für TV-Thumbnails fertig machen. Ich hab so das Gefühl, es werden sehr viele gleiche Thumbnails sein. Kann ich die nicht in der Richtung hinein nutzen? Das wär cool. Die sind ja jetzt... Also der ist groß genug auf jeden Fall. Bei den anderen beiden bin ich mir nicht so ganz sicher. Nee. Alles gut. Hab's ja schon gesehen. Yo. Ja. Ich wollt grad sagen, er hat die weiße Haare. Freie der Glitch. Ja. Ach, komm. Ich hab keine Zeit. Ich muss mein Haus zu Ende bauen. Was ist denn? Ach, komm, Mütchen. Du kommst sowieso nicht hoch. It's easy peasy, ja? Chill deine Base. Mach das wie ich. Bau eine Base und dann hast voll deine Ruhe. Ich geh mal gucken, was die Nachbarn machen. Ja, ich... Ich geh ihn bestimmt wieder baden. Dieser Booty, ne? Ich geh ja. Ich gehe hin. Ich geh mal. Ich geh ihn, sie Awards. Ich geh ihn. Und ich schじ 30. Also so oft, wie sie dagegen schlagen, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin froh, dass ich Zerstörung von Baudings nicht gemacht habe. Also die ist so doof, die läuft die ganze Zeit an der Dings schon vorbei. Die könnte so... Ach, die sind zu viert. Alles klar, ja, das wusste ich doch nicht. Da hätte ich doch Kaffee und Kuchen vorbeigebracht. Ach, Leute. Nicht? Ich dachte, ich... Ach, jetzt haben sie sich gegenseitig. Na gut. Vielleicht treffe ich was. Wenn ihr noch ein Stückchen weiterläuft, dann... Ah, nee, okay. Alles klar. Nee. Hat denn doch nicht geklappt. Vielleicht mit einem Pfeil? Was sind wir? Na, kommt mal her. Kommt einer hoch? Kann wir einen Kuchen? Hm? Hm? Da hat jemand das gecheckt? Oder auch nicht? Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Kann ich von hier aus das Feuer anmachen? Ach, guck mal. Der gibt schon auf. Der hat schon... Keine Lust mehr? Ich hab keine... Doch, er hat noch Lust. Ja... Ja, komm doch. Ja. Laufen die jetzt echt alle da unter? Ach nee, einer ist wieder rausgekommen. Ja, das ist normal. Das ist der ganz natürliche Instinkt. Oh. Läuft hier jetzt eigentlich die ganze Zeit dagegen? Oh, 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 oh. Da hat jemand... Augenblick. Äh, da war... Dankeschön. Sag mal, treffe ich dich zufällig alle so, wenn sie da eh in? Ach, da kommt die nächste. Augenblick. Augenblick. Wir warten ja schon. Ja. Natürlich warte ich. Es ist Platz genug da unten. Kann ich nicht zufällig... das Feuer anmachen? Das wäre schon... Cool. Easy peasy. Oh. Da ist einer hergekommen. Oder auch nicht? Hä? Hat er? Ach, der ist wahrscheinlich wieder ohne. Oh. Das, äh, ging... Flott. Äh. Was war das jetzt? Ich wollte... Ich bin verwirrt. Ach, da ist ja noch einer. Ja. Bist du alleine? Na komm. Na komm. Oh. Ich glaub, die hatten keine Lust mehr. Ich hab gedacht, das funktioniert, wenn ich das Feuer anmach. Das ist auf jeden Fall eine coole Falle, ne? Das muss man ja sagen. Nur nicht ganz ausgereift, aber... Ich nehm' die mal weg. Ich nehm' die mal weg. Funktioniert. Aber die kommen bestimmt mit mehr. Hm. Ich denke auch. Die kommen mit noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ein paar... Ich geh' mal eben zwei Baumstämme weiter mal... Weiterhin holen. Steine brauchen wir ja jetzt grad nicht. Ich sag mir trotzdem schon mal welche, weil wir brauchen für die nächste Tour Steine. Also das mit Klausi fand ich immer noch am besten. Einfach mal in den Kopf rein, ja. Einfach mal die Kopfschmerzen weglassen. Kein Hippanismus. Ah, die kommen bestimmt noch wieder. Natürlich kommen die noch wieder. Alles klar. Alles eingesammelt. Meine Katze ist schon wieder an der Tür. Die will schon wieder rein. Hat die das auch schon... Ach, ich fälle erstmal ein paar Bäume. Keine Ahnung. Ich weiß, die wachsen noch höher, aber... Ich nehm' erstmal die, die da sind. Ja. Haben oder nicht haben? Das ist hier die Frage. Das wird ein großer Raum. Weiß noch nicht, was ich da mach', aber ich will lass mir da was einfallen. Ich glaub', nach dem Chaos muss ich mir erstmal hinsetzen. Da, dum, 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 dum. Da muss ich mir erstmal hinsetzen. Und dann bin ich gleich da hoch. Da bin ich noch hoch. Da bin ich noch hoch. Oh, wir haben schon wieder Hunger. Das ging aber schnell. So, wollen wir mal eben nach oben uns die Pfeile holen. Du hast Hunger, finde etwas zu essen. Ja, sofort. So, was, 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 was? Ich find's cool. Da können wir uns jeden Tag Pfeile holen. Hab ich jetzt eigentlich noch? Hab ich gar nicht. Ja, da war ja was. Jetzt schon. Entschuldigung. Ich hab Hunger. Ich habe leider Hunger. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich war ja was. Du hast Hunger.